Mein Name ist Benjamin Nerding und ich reise seit Februar 2011 nonstop um die Welt. Bis zum heutigen Zeitpunkt habe ich 62 Länder bereist. Anfang Juli letzten Jahres bin ich mit meiner Freundin Martha mit einem Tandem von Landau in der Pfalz durch Luxemburg über Belgien und Frankreich nach England gefahren. Von dort aus ging es dann weiter durch ganz Schottland. Zwei Wochen haben wir anschließend Nordirland bereist, bevor es dann für drei Wochen 1500 Kilometer um ganz Island ging. Danach ging es dann in den Süden Irlands und durch Wales, England, Frankreich zurück in die Pfalz. Bei unserem ersten großen Tandem-Abenteuer hatten wir dank toller Unterstützung sehr viel Spaß, auch wenn es nicht immer so einfach war, denn hinten fahren tut genauso weh wie vorne. Eine Ohrenentzündung, ein ungeknickter Fuß, eine Knieverletzung, null Platten und 8000 Kilometer haben wir bei unserer Reise überstanden. Das Wetter war fast durchweg toll und wir freuen uns schon jetzt zu unserem nächsten Abenteuer im April aufzubrechen. Im Frühling dieses Jahres planen wir auf einem Segelfoot anzuheuern, um den großen Teich nach Südamerika zu durchqueren. Unser Vorhaben ist es von Patagonien nach Alaska mit dem Tandem zu fahren. Hierbei werden wir alle Länder in Süd-, Mittel- und Nordamerika bereisen. Dabei planen wir eine Strecke von ca. 45.000 Kilometern zurückzulegen. Wir wollen uns recht herzlich bei dem ganzen Rohloff-Team für den materiellen Support bei unserer Reise bedanken. Wir sind wirklich hoch zufrieden mit dem per excellence hergestellten Produkt, welches sich bei so einer Reise natürlich dem absoluten Härte-Test unterzieht. Wir können uns für so eine Reise keinen besseren Partner wünschen. Auf dieser Reise bin ich zum ersten Mal mit Rohloff gefahren. Als langjähriger Triathlet kenne ich mich gut mit Fahrrädern aus, war jedoch absolut überrascht, welchen Komfort die Rohloff-Schaltung speziell bei täglichem Gebrauch und auf Reisen mit sich bringt. Alle Interessierten können mich und meine Freundin schon jetzt auf unserem Reiseblog The Tandem Ramble bei unseren Abenteuern begleiten. Wir wünschen Rohloff und allen Fahrradbegeisterten alles Gute für das Jahr 2017, Gesundheit, viel Liebe und hoffen, dass alle ihre Träume in Erfüllung gehen. Und wie Albert Einstein schon so schön sagte, das Leben ist wie ein Fahrrad. Man muss sich vorwärts bewegen, um das Gleichgewicht nicht zu verlieren. Ich bin stolz. Untertitelung des ZDF, 2020